Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Omzi 2. Ja, wir sind auf der Karte Krefrath unterwegs, aber nicht auf der Version 2, sondern auf der Version 3, die ich freundlicherweise von Lejaro zugeschickt bekommen habe, um hier einen Beta-Test auch durchzuführen. Und diesen Beta-Test, den werden wir jetzt zumindest auf der Linie 837 auch mal gemeinsam machen. Ich glaube, die Beigabe bekommen, auch euch das zu zeigen. Aber ein wichtiger Hinweis, es ist eine Beta-Version. Beta heißt, noch nicht fertig und können Fehler auftreten. Ja, so, nur kurz jetzt schon mal zur Version 3, so ein paar Facts, die ich schon bekommen habe. Und zwar wird es 7 neue Linien geben, gänzlich neue Linien. Die 837 ist eine davon. Und so wie er mir schreibt, sind auch tatsächlich alle alten Linien, bis auf die Linie 57, in irgendeiner Form überarbeitet worden. Das heißt, der Streckenverlauf wurde eventuell verändert oder die Linie wurde verlängert. Oder, oder, oder. Ja, so, dass wir insgesamt jetzt mit den neuen Linien 19 Linien in Krefrath entsprechend haben. Ja, die Linie 837 verbindet die Städte Kaltenfeld und Krefrath. Denn wir stehen nämlich hier gerade am Kaltenfeld Hauptbahnhof. So, Kaltenfeld Hauptbahnhof, da hier so. BB ist auch anwesend. Und ja, wir werden uns das Ganze jetzt mal aus der Perspektive des Busfahrers anschauen. Und gucken. Kraftstoff zu gering. Ja, und gucken, ob wir hier gemeinsam irgendwelche Fehler finden. Das heißt, wenn ihr irgendetwas finden solltet, was nicht so funktioniert oder was euch irgendwie komisch vorkommt, schreibt es in die Kommentare. Und ja, wir schauen dann, dass wir die Sachen dann natürlich weitergeben. Ich denke, Leao wird dann auch entsprechend hier sicherlich auch mitlesen, gehe ich jetzt mal von aus. So, jetzt müssen wir jetzt mal gucken. Wir müssen irgendwo dahin. Unsere Starthaltestelle. Ja, das Lenkrad ist auch noch immer noch gewöhnungsbedürftig. Diese Zentrierfeder an. Aber die ist, glaube ich, noch zu stark eingestellt. Hallo. Hallo. Ja, die Linie geht im Übrigen, gucken wir mal eben. Ja, so 25, nee, stimmt nicht, 20 Minuten in etwa. Ja, und da lassen wir uns jetzt mal überraschen, was uns dort begegnet, gell? Ja, das Video ist gerade so ein bisschen auch für mich zur Entspannung zwischen Hauptjob und Bremen weiterbauen. Wenn ich gerade so nach Hause gekommen habe, habe gesagt, komm, dann machst du doch jetzt einfach mal spontan, um runterzukommen, ein kleines Video. Heute war wieder etwas stressig auf der Arbeit und dann denke ich mir, komm, machst du kopffrei, brauchst nicht groß, äh, viel nachdenken. Ach, guck, die Bundespolizei ist ja auch anwesend. Ja. So, ähm, dumm, 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 dumm. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte die Uhr vorstellen. Äh, ich glaube, 36 fahren wir. Wenn ich nicht falsch informiert bin, nein. Guten Tag. Ja, guten Tag. Was war das denn nochmal? Ach, 39. Ja, wir haben ja gerade auf den Fahrplan geguckt, ne? So, dann stellen wir mal auf 38 um. Kabel, ich mir jetzt aber auch schon noch. Man merkt, ich bin schon voll dünig hier, ey. So, noch 60 Sekunden, nee, 2,6 Minuten. So, super. Ja, lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Ähm, ich werde jetzt nach und nach dann, ähm, die neuen Linien dann mit euch zusammen testen. Ich denke, ähm, tausende von Augen sehen mehr, wie nur zwei Augen, zum Beispiel. Und dann können wir da eine entsprechende Rückmeldung geben, ne? Dass die Version dann auch, äh, ja, gut wird und uns alle Freude bringt. Bin jetzt auch vorher noch nicht, äh, noch nicht gefahren. Also, das ist jetzt meine erste gemeinsame Runde mit euch. Aber was mir schon auffällt, dynamische Hilfspfeile. Gefällt mir schon mal sehr gut. Und eine Ampel. Ja. Können wir hier schön vorbei brettern, wenn denn doch mal mehr Verkehr ist. Werden wir dann sehen, ne? Der Ansagen haben wir noch nicht. Aber, wie ich ja schon sagte, ist man wirklich ja auch um eine Beta-Version. Guten Tag. Hallo. Bei einer Beta-Version hat man ja noch nicht alles fertig, gell? So, wie zum Beispiel, dass da, hier an der Haltestelle, wo sind wir jetzt? Kardinalstraße, die Leute da durch den Adler laufen, wie heißt der Name. Ne, Stiller heißt der, das. Die beiden jungen Damen, die laufen einfach durch den Stiller. Ich hoffe, dass der, äh, Spiegelsound nicht zu leise ist. Europa-Center. Bing, bing. Sehr schön, hier auch eine coole Innenstadt. Dann auch eine etwas größere Stadt zu sein, ne? Hallo. Gibt dann geradeaus auch was Schönes. Irgendwie so ein... Wie in Essen erinnert mich das so ein bisschen ans, äh, Rathaus-Center. Auch so über die Straße gebaut. Ja, die 837, äh, hat zwei verschiedene Linienwege. Hoffe, ich habe jetzt die richtige Hofdatei ausgewählt. Aber gut. Ansagen haben wir ja sowieso nicht. Da ist es jetzt nicht, oh Gott, nicht ganz so dramatisch. Ja, jetzt ist es mir irgendwie auf dem Ohr wieder zu leise. Ja, ich habe jetzt auch KI-Fahrzeug-mäßig jetzt einfach mal, äh, nichts verändert. Hier haben wir ein kleines Problem. Er fährt nicht bei Grün, die kleine Mimose. Hat wohl Schiss. Guten Tag. Guten Tag. Mit der noch Fahrplan gucken wir gleich auch nochmal. Plus zwei. Das Stadttheater. Sieht auch sehr schön aus. so 16 43 haben wir 16 41 hätten wir schon hier sein müssen ja bisschen zu viel gequatscht habe ich freiherr von steinstraße ein bisschen wenig verkehr ist das so hier auf den hauptstraßen finde ich unter ruhig ein bisschen mehr sein aber gut das liegt ja dann auch immer so ein bisschen an den eigenen einstellungen ja der ist aber nett lässt uns rein das ist schön lasst uns auch rein und bleibt nicht nicht bleib weg ja manchmal kann man sich bei der um die kreis echt nicht sicher sein ja hier im innenstadtbereich sind die haltestellen auch ein bisschen dinger beieinander so jemand aufsteigen ist ja manchmal so da wurden extra die pöller hingemacht damit ich dran hängen bleibe glaube ich ein bisschen ausruhen können wir ja noch müssen wir glaube ich auch weil sonst bleiben wir hier schön hängen ja hat doch geklappt ich glaube da hing auch die ampel in der mitte noch ein bisschen über den boden die schwebte wenn ich das richtig gesehen habe müssen wir noch mal schauen aber schön hier die pkw auch hier mit neigung hingestellt nicht im bürgersteig versenkt von der gestaltung hier gefällt mir wieder sehr gut so schick aus auch wieder verschiedene aber an texturen und so hallo hallo simulator tage in koblenz 26 und 27 2017 schon vorbei auch schön gemacht die mauer mit dem grünzeug dann drin also gestalterisch gefällt mir das echt gut naturisches krankenhaus der bus der kommt gar nicht aus dem quark ist auch schön gemacht hier rosenteich s bahnhof umsteigemöglichkeiten zum regionalen zum regionalverkehr und der verkehr der deutschen bahn so irgendwie wollte ich das sagen genau er könnte ein paar mehr leute einsteigen finde ich also es waren hier würde ich vielleicht leidens aufnehmen die dann eine transparenz nahe bei dem überw schnell da hatte man eine andere asphalt textur ob das sind wahrscheinlich die juf aus klein das würde ich auch mal zeigen das finde ich auch so das sind so kleinigkeiten also die sind echt film gemacht einfach mal so blinke liegt dahin gemacht weil halt in der anstelle schon weil nicht 30 lkws die zu hoch waren rein gefahren sind und das dach weg mitgenommen haben die wandteilstraße auch gut ja auto händler gab es schon ohne ende im omsi aber eine traktorhändler habe ich da auch noch nie gesehen das ist schon das ist schon ich will gar keine aussteigen ok auch hier das ist echt cool gemacht auch da mit den rohren und den diesen gebäuden da nicht schlecht waren jetzt auch irgendwie außerhalb also raus aus aus kalten feld in richtung krefrath auch gefällt mir und schöne überland bereich hier auch die texturen bodentexturen echt cool gemacht höhenunterschiede drin links würde ich ja im bürgersteig die leitkosten ja entweder höher machen ich will sie vielleicht sogar ganz weg machen je nachdem oder halt höher machen dass sie auch nicht da in die boden hängen doch guten tag guten tag bitte genau da müssen wir sein sehr schön der lässt uns jetzt ja ob das gut geht natürlich nicht doch geht gut ein kreuzungsobjekt oh hier schön die einfahrten abgesenkt hat ja auch nicht jede karte ne muss man ja auch mal sagen war geradeaus war geradeaus danke oh 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 gott sei dank es biecht ab der sommerweg gibt es auch eine winterstraße herbstallee guten tag guten tag auch hier schön ne der platz mit den tue doch gefällt so jetzt waren wir in rahmscheid und fahren jetzt nach e-scheid mit nächster halt northenberg hier auch schöne zäune am rand und eine schöne brücke auch alle überlandbereich gefällt sehr gut gefällt mir sehr sehr ja hier waren die holzfälle am werk erstmal alle geholzt hallo hallo ja wie gesagt achtet mit mir so ob ihr irgendwas seht also bis jetzt ist mir echt nichts großartiges aufgefallen also so kleinigkeiten okay aber im endstadium gibt es immer noch immer mal was was man vielleicht übersehen hat hier die halterstelle schön gemacht und er könnte auch mal unterschreiben sie euch die karte so gefällt bisher also der erste eindruck jetzt von der linie hier würde mich ja schon interessiert und sicherlich den erbauer auch kennen das ja man ist immer so ein bisschen neugierig wie die leute denn so sein produkt finden auch hier würde ich dir halt die leitpfosten höher machen die sind im boden versuchen also zu kleinigkeiten halten also sonst gibt es hier meckern da ist ein schöner auf eckerscheid industrie straße ja und was halt ganz wichtig ist für vorfahrtsregeln und so objekt kreuzungen das ist echt eine feine angelegenheit angelegenheit südofer mark ne finde ich cool hier stehen auch tannen in ruhe ausstehen ja bisher noch keine tannen das muss ich dann auch demnächst noch ändern halten wir mal ein bisschen weiter hier vorne wir fahren auf die autobahn habe ich ja immer angst ist ja egal welche karte eigentlich immer angst dass da was passiert da kannst du vorher keinen unfall gehabt haben auch für autobahnen hast du immer gute chancen ja hier würde ich übrigens nur ein blinker also ein fahrt mit blinker belegen sonst hast du hier so ein hilfsfeil chaos die also ein bisschen unschön aus ist jetzt kein grober fehler aber ich persönlich bin ja so monk was das angeht nicht zu viel aber auch nicht zu wenig aber das war schon eindeutig etwas zu viel an dieses feilen schön schön auch so ein weitblick hier da unten fährt auch irgendwie ein lkw karlbrücke cool gemacht da muss jetzt auch sagen also freien mäßig sieht es auch gut aus die ja so mitlaufen immer ob das minimum was ich bisher hatte war 20 frames weiter geradeaus da muss ich leider um über die durchgezogene linie fahren da müssen wir glaube ich gleich wieder runter das richtig sehen tut auch hier links die mit lärmschutz wände nicht einfach so aneinander gereizt sondern irgendwie so als spitze quasi nach vorne raus auch nicht schlecht ja und hier auch das gleiche also ich würde echt die fahre diese blinker fahre etwas reduzieren definitiv dass man da einen pfeil hat der nach rechts geht und dann vielleicht dann kann man noch einmal an der nach unten zeigt aber eigentlich reicht es aus also ich würde vielleicht zwei nach rechts machen eine am anfang von der einfahrt ausfahrt und dann den anderen so am ende auf jeden fall ist es nichts passiert jetzt auch was schönes naja will ich aber noch am taubenhanger ich glaube jetzt sind wir gleich dann auch schon im alten bereich schön ich muss ja sagen das ist wirklich so james zum beispiel der hat ja wirklich so ja so ein fotografisches gedächtnis oder halt weiß ja wo alter bereich wo neuer bereich ich bin da so ein bisschen anders also ich weiß dass immer nicht so hundertprozentig mir ist natürlich nicht bei allen karten ok frage bin ich glaube ich auch schon etwas länger nicht mehr gefahren bin mir nicht so sicher zu kleiner kaka du hast mir die vorfahrt genommen ja ja apropos vorfahrt nehmen heute morgen musste ich also ich habe den unfall nicht selber beobachtet aber da habe ich bin ich an einer umfahrstelle vorbeigefahren da musste ich vorbeifahren da ist ein lkw und ein kleintransporter zusammengestoßen hallo da entweder hat der lkw beim abbiegen oder linksabbiegen dem kleintransporter die vorfahrt genommen oder aber der kleintransporter wollte noch irgendwie über rot fahren naja auf jeden fall hat der lkw den kleintransporter dann an der fahrerseite erwischt und das bis zum ja bis zur windschutzscheibe sah jetzt nicht so schön aus Gott sei Dank also ich fahre an sowas immer schnell vorbei guckt er auch nicht aber wenn man so den berg runter kommt und dann genau vor einem diese unfallstelle ist es ist natürlich automatisch dass man da drauf guckt jetzt sowas immer schlimm ich kann auch diese ähm gaffer die die ist an der autobahn und so ne ich habe da reportagen gesehen die kann ich echt nicht haben hallo die idioten oder was jetzt fahrt er los ne da 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 jetzt muss ich hier rüber schön wollt ihr denn alle hier auf der spur boah arschkekse ja finde ich halt immer schlimm so dieses gaffen und dann am besten noch videos machen und bei facebook oder so rein stellen also da geht gar nicht ich finde die strafen dafür sind auch viel zu niedrig es gibt so manche sachen da frage ich mich echt warum sind die strafen so niedrig also dazu gehört zum einen links fahren ja also dauerhaft links fahren mit 120 auf der spur also nicht dass ich geht mir nicht darum rasen aber es geht ja auch darum dass der verkehr fließen muss ja und wenn einer mit 120 auf einer autobahn jetzt links fährt obwohl rechts alles frei ist und man zügiger fahren könnte ja weil es freigegeben ist also ich finde da sollte man auch deutliche höhere strafen machen man meckert immer viel über die raser ist auch in ordnung ja also rasen und dringeln ist echt eine sache das geht gar nicht also rasen in dem sinne dass man andere gefährdet also schnell fahren ist nicht unbedingt direkt rasen ist meine meinung sondern rasen ist so für mich so dieses in der stadt mit 100 oder mit deutlich überhöhter geschwindigkeit fahren also im grunde überall da wo man definitiv jemanden gefährdet wenn man jetzt natürlich auf einer freigegebenen autobahn wo nicht viel los ist 200 oder 220 sachen fährt oder wie auch immer finde ich das kein rasen das ist dann schnelles fahren ja aber die sollte man also raser zum beispiel wird man definitiv ja auch dann eine also bestrafend gerade die leute die in den städten oder in bereichen sehr schnell fahren wo es wirklich gar nicht hin gehört aber man sollte auch die notorischen linksfahrer und die aufhalter auch bestrafen weil das irgendwie ist eins folgt dem anderen also wenn da linksfahrer die ganze zeit auf der strecke sind und überhaupt nicht rüber gehen warum auch immer ja dann ist der manch einer tatsächlich genötigt auch rechts vorbeizufahren also du bist dann aber derjenige der die strafe gemacht hat du bist ja rechts vorbeigefahren ja obwohl du im grunde dazu gezwungen wurdest weil der hoschi halt einfach stur auf der linken spur bleibt war ich jetzt eigentlich richtig weil hier ist kein pfeil da ist eine halte stelle dann war ich richtig die parken da die parken da ja deswegen ja jetzt muss ich aber noch mal gucken habe ich da jetzt haltestellen ausgelassen ach so ich habe einfach nur nicht weiter geschaltet vor lauter rede schwall ja habe ich nicht weiter geschaltet wir müssten eigentlich gleich auch schon da sein der kaiserplatz wir wollen die leute auch nur noch aussteigen hallo da ist auch jemand eingestiegen oder kann mir jetzt nicht anders denken egal naja aber vielleicht ein frame einbruch mal ganz kurz krefrath hauptbahnhof genau endstelle an der niederbachstraße stehen wir gerade an der ampel so wir müssen da hinter dem bus ja dann fahr du doch mal weiter du kleiner scheißer bitte linie 51 das wäre super übrigens mit dem ja mit der v3 sind jetzt auch also gab ja immer die stadtrand city auswahl und nachtbus ich guck gleich noch vielleicht gibt es auch noch eine andere denn jetzt sind so die region krefrath entsprechend da mit dabei gekommen also die linie 837 zum beispiel die befindet sich in dem fahrplanbereich region krefrath ja und du könntest doch mal langsam mal fahren oder kackvogel da vorne hallo ich habe doch keine zeit dankeschön fahrplan beachten fahrplan beachten linienwechsel ja ich glaube hier machen wir dann auch unsere unseren feierabend am krefrath hauptbahnhof guck mal das ist aber auch neu ne würde ich jetzt mal behaupten das ist neu das ist definitiv neu ja also da müssten wir hin auf die linke seite ja komm dann machen wir das auch noch wahrscheinlich haben wir jetzt erstmal wieder eine halbe stunde rot aber auch eine coole idee so ein kreisel quasi die busse da kommen die haben rot dann fahren wir doch einfach mal quer rüber so dann ist das hier unser endpunkt genau ja und damit verabschiede die verabschiede ich verabschiede mich dann für heute von euch ja wie gesagt schreibt doch in die kommentare wenn euch was aufgefallen ist vielleicht auch verbesserungsideen wie auch immer und wie euch die karte natürlich auch gefallen hat also ich muss sagen die linie hat mir sehr gut gefallen die gestaltung ist top wir gucken uns natürlich dann gemeinsam auch noch die anderen sachen an nach und nach immer mal wieder ja und ja ich sag einfach nur bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt um sie zwei hier auf meinem kanal bleibt mir treu bald geht es auch oder irgendwann am ende des jahres geht es dann auch wieder mit ruhe weiter und ja in der genau nochmal als hinweis nächste woche wird es dann ein exklusives video geben hier auf dem kanal zu bremen nord zu dem addon seid neugierig ich schreibe vielleicht auch wenn ihr es noch nicht gemacht habt fragen zu bremen nord wenn ihr welche habt in die kommentare des letzten videos ich glaube ich könnte das hier am ende nochmal einfach verlinken ne ja bis dahin sage ich mal ciao ciao wenn er noch kein abo da gelassen habt könnte euch ja überlegen wenn es gefallen hat ein abo da zu lassen ansonsten sage ich bis dahin Tschüss